Sondern dass wir alle die Möglichkeit haben, jeden Tag uns das Leben zu kreieren, was wir wollen. Und ich glaube, das größte Thema ist, sich klar zu werden, was ich überhaupt will. Und das gibt natürlich die Möglichkeit, auf so einem VIP-Tag schon gut hinzuschauen, weil du mit der Person oder mit der Doris in dem Fall ja lange in der Energie bist und da kann man, da stellt sich halt die gesunden Fragen. Und dass man Klarheit bekommt. Heißt nicht, dass das jetzt dann der Endstand ist oder so, aber dass man halt den nächsten Schubs kriegt. So ein VIP-Tag soll man ja öfter machen. Das ist eine einmalige Sache. Ich würde jedem empfehlen, einmal im Jahr einen zu machen, zumindest.